Ihr fragt, der Faulträder antwortet, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um direkt auch auf fallende Kurse setzen zu können, ohne den Umweg gehen zu müssen mit intransparenten und teuren Optionsscheinen und Zertifikaten? Die kurze Antwort, gar keine, außer dass du 18 sein musst und ein Konto bei einem richtigen Broker brauchst, nicht bei einem Neo-Broker wie Trade Republic, Scalable und Co. Werfen wir einen Blick darauf, wie du das mit CFDs oder echten Aktien und Futures-Brokern umsetzen kannst unkompliziert. So sieht die App des bekannten Metatrader 5 aus. Ob ich jetzt hier die 10 Meter Aktien kaufe oder Sell verkaufe, es ist nur ein Klick. Oder hier in der Plattform meines kommissionsfreien Brokers Free Stocks, ich muss nur von Buy auf Sell Short wechseln, aussetze damit auf fallende Kurse und kann die Aktie in Zukunft hoffentlich günstiger zurückkaufen. Hast auch du eine Frage an den faulen Träder, schreib mir oder hau es in die Kommentare. Bis dahin, Servus, bis zum nächsten Mal.